So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet. Ich habe schon gedacht, verdammt, was machst du heute? Du hast kein Video, du hast keine Eier, du hast kein gar nichts. Zockst du GBL, machst du sonst was hin und her, aber Pokémon GO hat mich natürlich wieder gerettet, denn es ist ein neues Event angekündigt. Mache ich schnell Infofolge und heute Abend dann Mega Glurak Raids für Zuschauer. Wenn ihr noch kein Mega Glurak Raid gemacht habt oder noch Mega Energie braucht oder noch einen Shiny vielleicht aus dem Raid abgreifen wollt oder XL Bonbons oder normale Bonbons oder was weiß ich, keine Ahnung. Schaltet eigen 18 bis 19 Uhr wieder eine Stunde lang. Wenn ihr addet, kommt ihr dran, 19 Uhr wird gewechselt, fertig, zack. Ihr kennt das Prinzip, wenn nicht, lernt es kennen. Und der Countdown läuft weiter. Ihr wisst alle, im Februar, 20. Februar, das fette Mega Kando, super Special Tags Event. Alle Pokémon fangen, alle Pokédex Einträge an einem Tag bekommen, Shiny Mew freischalten. Arktos, Zapdos, Labados, Raids, Mewtwo, Raids, die Leute drehen durch. Und der Countdown dahin wird natürlich zelebriert. Jede Woche gibt es wohl eine andere Region im Event vorangestellt. Wir hatten jetzt die Einhalwoche, ihr wisst. Zapifoy wurde als Shiny eingeführt. Natürlich, Frage an euch, wie fandet ihr die Einhalwoche? Hat es euch Spaß gemacht? Zockt ihr immer noch? Braucht ihr noch was? Braucht ihr nichts? Wie fandet ihr die Raid-Bosse? Wie fandet ihr generell die Boni? Habt ihr ein Shiny Zapifoy bekommen? Oder braucht ihr immer noch eins? Viele haben sich ja aufgeregt. Ja, toll, das ist doch C-Day-Pokémon. Wieso hauen die das so raus? Vielleicht kriegt es trotzdem noch sein C-Day wegen der Attacke eben. Und es war ja auch nicht geboostet. Es hatte meiner Meinung nach eine Standardrate von 1 zu 450. Anders als bei den C-Days. Für mich also war interessant, Zapifoy und Castadur. Denn Castadur hat mir immer noch gefehlt bei dem Mexiko-Event mit Julchen nichts bekommen. Und jetzt auf der Suche nach Shiny Castadur. Mein Hauptaugen, Castadur war wichtiger als Zapifoy. Habt ihr ein Shiny Castadur bekommen? Gab es ja auch aus Feldforschungen. Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr Zapifoy bekommen? Schreibt es rein. Ansonsten lassen wir das Einhal-Event hinter uns und gucken auf das Sino-Event. Denn ihr wisst ja, die Raid-Bosse wechseln auch jede Woche. Immer Dienstag, 10 Uhr, wechselt der Fünfer-Raid-Boss. Genesekt ist momentan drin. Als nächstes kommt Heatran. Warum auch immer, schon wieder. Gut, jetzt passt es dazu zum Sino-Event. Dann als nächstes beim Höhnen-Event kommen natürlich Groudon und Kyogre. Die natürlich sehr krass und sehr nützlich sind. Aber was bringt uns das Sino-Event noch? Wir haben jetzt eine Woche dann Zeit, wieder von Dienstag bis Dienstag nicht nur Heatran zu raiden. Was auch wieder Raids für Zuschauer bekommt natürlich. Es gibt auch besondere Boni. Die wollen wir uns jetzt hier mal angucken. Ich gehe aber mal auf die Go-Games-Seite. Ich beziehe mich da immer auf Go-Games-und-Poke-Fans.net. Denn sie haben das hier reingeschrieben nochmal. Dardom vom 12. bis zum 17. Januar. Jeweils hier 10 Uhr Ortszeit, dann bis 20 Uhr Ortszeit. Also am 12. 10 Uhr startet's bis 17. um 20 Uhr. Raids, Event-Details, Shellast, Panflam, Plinfa, Bidica, Cognodon, Schilderus, Vadribie, Barmelin, Driftlon, Shamian, Schnurgars, Thibopotas, Pionscora, Schneebedeck erscheinen häufiger wild. Mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Barmelin. Das ist natürlich sehr cool. Sieht man hier. Sieht man hier aber auch nochmal. Hier auch Bojelin die Entwicklung. Also diese Woche gab es Serpivor als neues Shiny. Nächste Woche gibt es dann Barmelin als neues Shiny. Sieht farblich nicht sehr anders aus. Ist halt wieder einfach heller. Leuchtet halt. Ein kurzes Glitzer. Wie findet ihr Barmelin als Shiny? Schreibt's mal rein. Ansonsten die Starter gut. Nehmt mal mit. Cognodon ist natürlich sehr cool. Sehr gutes Pokémon auf jeden Fall. Nehmt euch das mit. Vadribie, wer noch kein weibliches hat, zum Entwickeln. Vielleicht schafft ihr euch da noch eins zu holen. Schamjan auch an sich seltener. Hippopotas, guter Botenangreifer würde ich mal sagen. Kann man mitnehmen. Schneebedeckt natürlich. Nehmt Schneebedeck mit. Shiny. Macht Rexblizzard raus. Macht mega Rexblizzard. Geht richtig ab. Sind also ein paar coole Sachen dabei. Aber am meisten freue ich mich natürlich auf Shiny Barmelin. Wie das bei euch aussieht, werdet ihr sicherlich noch sagen. Aus 5 Kilometer Eiern schlüpfen Zirpurze, Knospi, Cognodon, Schilderus Bronzel, Mobike, Libungel und Hippopotas. Durch Feldforschungsaufgaben kannst du Sternenstaub und Begegnungen mit Shellas, Panflam, Blinfer, Scheinux, Barmelin und Kaumalad erhalten. Kaumalad, ein wichtiger Begriff. Viele Leute brauchen Bonbons. Viele Leute brauchen noch ein Shiny. Viele Leute brauchen noch ein gutes. Und jetzt XL-Bonbons. Ihr müsst Kaumalads fangen. Und was das Heftigste ist, ihr könnt nicht nur aus den Feldforschungsaufgaben Kaumalad erhalten, auch aus den Raids. Und ich glaube, da werden viele Leute mitmachen. Zum Event gibt es folgende Raid-Bosse in den Stufe 1 Raids. Shellas, Panflam, Blinfer, egal. Scheinux, ist ja eigentlich immer drin. Ist der Bedarf auch gedeckt. Barmelin, gut neues Shiny. Aber Kaumalad im Einer-Raid. Das gab es bisher beim Go-Fest, glaube ich. Ich glaube, die Leute ignorieren Heetran komplett. Das war so oft da. Aber das war vor kurzem erst da und dann auch noch 3-4 Wochen. Ich glaube, die Leute rasten aus und machen Einer-Rades mit Kaumalad. Um ein Gutes zu bekommen. Um ein Shiny zu bekommen. Um Bonbons zu sammeln. Um XL-Bonbons zu sammeln. Selbst die, die schon 100er haben, wollen XL-Bonbons. Um das hochzuziehen, hochzupushen. Werdet ihr Kaumalad-Rades machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten habt ihr hier Stufe 3-Rades. Hypoterus, Schlappohr, Toxiquak, Lumenion. Vielleicht, um Solo alles mal zu machen. Aber ansonsten ist eigentlich da kein Interesse da. Stufe 5-Rades Heetran. Gut, ich werde die Raidmania mitmachen. Wir werden Raids für Zuschauer am Wochenende posten. Ansonsten wird nur der tägliche Pass bei Heetran gemacht. Shiny ist da. 98er Shiny habe ich hochgezogen. Man ist eigentlich gesättigt von Heetran. Komplett. Und Mega-Rades, es gibt nichts Neues. Ihr habt Mega-Glurak, Mega-Turdog, Mega-Rex-Blissar. Also die drei gleichen, die jetzt auch drin sind. Aber das ist ja okay. Wer immer noch Turdog braucht, können wir nochmal gucken. Können wir nochmal machen. Werdet ihr Heetran-Rades machen oder lieber Kaumalad? Ich weiß nicht, was ich mache. Ich muss eh die Medaille pushen für die Champion-Medaille mit den 1000 normalen Raids. Vielleicht mache ich einfach mal ein paar Kaumalad-Rades. Für die Bonbons. Für die Medaille. Für irgendwas. Einfach nur sinnlos Geld rausschmeißen. Man kauft sich eine Medaille für 1000 Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Für dieses Event gibt es auch wieder eine Sammler-Herausforderung. Das ist auch cool. Das gab es ja jetzt das erste Mal. Sammler-Herausforderung. Ihr habt das und das abgeschlossen. Ihr habt eine Gold-Medaille bekommen. Die Pokémon stehen auch schon fest. Zu finden. Shellast, Panflam, Plinfa, Cognodon, Schilderus, Wadribir, Barmelin. Müssten ja alle ganz normal in der Wildnis erscheinen. Aber auch zwei Krypto-Pokemon. Nämlich Krypto-Skungapu. Und Krypto-Schnebedeck. Das heißt, ihr müsst auch Rocket-Rübel machen. Das vielleicht ein bisschen verzwickter. Denn ihr müsst erstmal den entsprechenden Rübel finden. Der den entsprechenden Typ hat. Der das entsprechende Pokémon hat. Den entsprechend besiegen. Und entsprechend fangen. Ist anders, als wenn ihr seht. Ach, da sitzt ein Schilderus am Stopp. Und ihr geht hin und fangt den einfach. Beim letzten Mal gab es natürlich mit Terribark. Nee, Terribark war der doch. Terribark? Bisbark? Terribark. Mit Terribark eine Weiterentwicklung, die ihr wild fangen musstet. Schnell. Für die Sammel-Herausforderung. Diesmal eben zwei Krypto-Pokemon. Belohnung. 15 Hyperbälle. Einmal Magnetmodul. Ich freue mich auf jeden Fall. Ist wieder einfach nur eine kleine Sammel-Herausforderung. Viele haben das in einer Stunde abgeschlossen. Manche vielleicht auch schon eher. Dann die darauffolgende Woche. Vom Dienstag, dem 19. bis 24. Januar. Gibt es das Höhen-Event. Dazu aber später mehr ich. Freue mich also auf jeden Fall auf Shiny Barmelin. Heatran. Okay. Kriegt das erste Mal seine Rates für Zuschauer. Wir machen zwischendurch wieder Mega-Rates. Kaum aller Art Bonbons kann man sich noch erfarmen. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel. Also keine anderen Boni, wie ich hier rauslese. Also besondere 5km Event-Eier und so. Trotzdem. Was findet ihr besser? Fandet ihr 1,5 besser? Oder fandet ihr Sino besser? Findet ihr alles gleich gut? Habt ihr überhaupt eine Meinung dazu? Und was denkt ihr? Was gibt es beim nächsten Mal? Es wird sicherlich auch wieder ein neues Shiny geben. Auch im Höhen-Event. Welches? Shiny könnte man im Höhen-Event noch einführen? Das war es jetzt von meiner Seite aus erstmal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns heute Abend 18 Uhr sehen. Bei Mega-Glurak. Und abends gibt es auch noch ein Unboxing-Video. Denn Oskar hat mir ja sein Paket geschickt. Fragt schon die ganze Zeit, ob ich das schon aufgenommen habe, ausgepackt habe. Habe ich natürlich gemacht. Gucken wir uns heute Abend an. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. .